Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Diese Video wird immer etwas Besonderes. Hab ich noch nie gemacht. In diesem Video werde ich Sachen finden. Unter anderem eine Barbie. Eine Barbie. Ein paar andere Sachen. Ja. Ich bin schon im Ausland gerade. Die waren an einem Schleimchen. Wacht auf, unter anderem. Okay, voll einfach um. Äh, getötet sind heute. Ähm. Ja, dann fangen wir mal an. Gerade direkt alles. Erst sieht Barbie raus. Barbie? Du bist gleich sterben. Ich kann natürlich jetzt nicht so einen großen Stein sehen, wie der hier liegt. Sonst könnte ich den gar nicht tragen. Äh. Okay, auf drei. Eins, eins, eins. Der Barbie gehts noch recht gut. Nochmal. Und jetzt ab. Boom. Okay, die Hand ist ab. Ich weiß nicht, ob man nicht im Video gesehen hat. Äh. Jetzt zeig ich mal die Einzelteile. Das ist der Wein. Das ist das andere Wein. Das ist das andere Wein. Das ist der Barbie-Curver. Fragt mich nicht, woher ich diese hässliche Barbie habe. Dachboden gefunden. Das ist der auch. Nein, das war der... Das war der Vorteil. Das war das Abend. Jo. Ich muss jetzt aufräumen, wartet. Ah! Dann werden die so ein Gefallen. So, jetzt werde ich dieses Ürei hier verquetschen. Da ist natürlich Inhalt noch drinnen. Wer weiß. Was? Ich weiß nicht, ob das dann auch noch... Ey. Ja. Dann auch noch drinnen sein wird. Das ist jetzt heftig zerquetscht. So. Oh. Was ist denn? Oh, der Stein ist schwer. Oh. Heftig gelitten, dass eine... ...steck. Oh. So. 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 Der ist definitiv tot. Als nächstes kommt ein stinknormaler Kuli, wegen jeder kennt. So. 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 Oh. Wo auch hier im Arsch. Absolutely. Ah, warte. Das zeige ich gleich. Also das ist nicht die Überrasse. Und die Tinte, er hat es auch noch mal erwischt, die ist echt kläfisch. Jetzt habe ich hier Tinte an meiner Folie, deswegen habe ich eine Folie darunter gelegt. Der Spiegel. So. Oh, oh, oh. So. 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 Ich glaube, ich mache das jetzt weg. So, jetzt kommt das fast letzte Leim. So. 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 Das ist jetzt komplett dreckig hier wegen dem Stein. Jetzt kommt das krasseste. Das Ei. Echtes Ei? Das sieht man hier. Ich habe es gerade noch nicht hinterbrochen. Okay, Leute. Das ist ja gespritzt. Guck mal, wie schön versaut mein Schuh jetzt ist. Okay, Herzinfraste nur. Der Stein tut mir irgendwie leid. Oh, ich glaube. Ich glaube, ich zeige euch das jetzt mal. Oh, nein. Schlechte Idee, schlechte Idee. Die Kamera will gerade mich zeigen. Also, richtig hart gelitten hat der Stein. Und hier ist die Zentralie. Wieso pass ich da auch noch rein? So. Das ist der, die Überreste von der Schale. Hier ist nebenbei noch ein Stein kaputt gegangen. Da gibt es ein Steinmachsch mit Ei. Also. Richtig geil. Das war es eigentlich mit dem Video. Das ist für die Überreste. Das ist das nicht beachtet. Das ist ganz unnötig. Hier sind noch die Überreste von dem Rest. Das ist ein. Ja. Und mit dem Stöckchen hier. Oder mein Handy halten. Mit dem Stein. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen geworden. Ja, ich habe Haare. Und ja, ich habe eine Pickejack. Und ja, ich habe eine Hote. Ganz abnormal. Und das war es dann mit dem Video. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.